Hallo, in einem vorherigen Video habe ich mich schon mal mit der Lösung dieser Aufgabe beschäftigt, in der es um das Thema Leistungsanpassung geht und habe hier für diese Aufgabe C, man soll den Kondensator und die Induktivität in dieser Schaltung dimensionieren, sodass sie die maximal mögliche Wirkleistung in diesem Lastwiderstand umgesetzt wird, dass mit den Admittanzen gerechnet, die Innenadmittanz der Quelle muss genauso groß sein wie das Kondikkomplexe der Admittanz der Last und das möchte ich jetzt in diesem Video nochmal einfach auf eine andere Art und Weise rechnen, nämlich mit den Impedanzen. Da sollte jetzt genau das gleiche Ergebnis rauskommen wie vorher, also die gleichen Zahlenwerte für Induktivität und Kapazität. Ich will nur einfach in diesem Video demonstrieren, dass es im Prinzip egal ist, ob man das mit Admittanzen oder mit Impedanzen rechnet. Mit den Admittanzen hat man es hier vielleicht ein bisschen einfacher, auf der Seite der Schaltung, wo es hier um die Quelle geht, parallel geschaltete Admittanzen werden ja addiert und bei der Reihenschaltung, da muss ich mit Impedanzen rechnen, da habe ich dann eben diese 1 Durchbedingung hier und jetzt bei den, wenn ich mit Impedanzen rechne, sollte das auf der Seite der Schaltung ein bisschen einfacher sein, auf der Seite der Schaltung ein bisschen komplizierter. So und dafür wechsle ich mal in ein Zeichenprogramm, wo ich mir die Schaltung hier schon nochmal neu zusammengebaut habe. Also wir denken uns jetzt hier an der Stelle wieder die Klemmen, das gehört hier zur Last, das gehört zur Quelle, die Seite der Schaltung gehört zur Last und nutzen jetzt eben für diesen Teil C, für diese Leistungsanpassung, also an dem Teil A und B der Aufgabe, erinnert sich jetzt nicht viel, eben die Bedingung, dass die Innenimpedanz der Quelle genauso groß sein muss für Wirkleistungsanpassung wie das Konneutkomplexe der Außenimpedanz. So und die Außenimpedanz, die kann man jetzt ziemlich einfach aufschreiben, das ist R Last plus J Omega L und davon jetzt das Konneutkomplexe und das Konneutkomplexe macht dann einfach, dass aus dem Plus hier ein Minus wird an der Stelle. So und die Innenimpedanz, die wird jetzt ein bisschen komplizierter, das ist diese Parallelschaltung aus den beiden Teilen hier und deshalb sage ich, Impedanz ist das Reziproke von der Admittanz und die Admittanz von dem Innenwiderstand ist 1 durch Ri und die Admittanz von der Kapazität ist J Omega C. So und jetzt machen wir hier auf der Seite wieder den gleichen Trick wie bei der anderen Rechnung vorher. Wir multiplizieren mit dem Konneutkomplexen oder erweitern das mit dem Konneutkomplexen besser, dann steht da R minus J Omega C und hier unten steht eben nochmal 1 durch Ri minus J Omega C. Also ich habe einfach mit dem Konneutkomplexen von dem Nenner hier erweitert und rechne das jetzt auf beiden Seiten mal aus, was da passiert. Also hier das Konneutkomplexe macht, dass da steht R Last minus J Omega L und hier drüben kriege ich einen Bruch hin, wo dann im Zehner da oben das steht, also 1 durch Ri minus J Omega C und unterm Bruchstrich, das ist wieder die dritte binomische Formel, A minus B mal A plus B jeweils in Klammern und daraus wird eben A Quadrat, also 1 durch Ri Quadrat J mal J ist minus 1 mit dem Minus davor, ergibt das ein plus 1 plus Omega Quadrat C Quadrat. So und jetzt kann ich mir wieder aus dieser Eingleichung trotzdem zwei Unbekannte bestimmen, weil das ja eine komplexe Gleichung ist. Ich kann einen Koeffizientenvergleich machen für den Realteil, das ist auf der Seite das Grünumkreis, das muss dann genauso groß sein wie hier drüben das und ich kann einen Koeffizientenvergleich machen für den Imaginärteil und der Imaginärteil auf der Seite, also ohne das J ist dieser markierte Teil und der muss dann eben so groß sein wie das hier drüben und der ist ja in beiden Fällen negativ, das J lasse ich da schon mal raus. So und das heißt, wir können jetzt hier so einen Koeffizientenvergleich machen für den Realteil. Das schreibe ich mal so hin, da nehme ich jetzt wieder Blau als Farbe zum Schreiben. Also dann steht, wenn ich das jetzt einfach mal abschreibe, ja oder vielleicht forme ich das gleich mal ein bisschen um, also ich will ja aus dem Koeffizientenvergleich dieses Realteils das C ausrechnen. C und L sind gesucht, die gesuchte Größe ist im Nenner, die multipliziere ich gleich mal nach oben, also ich tausche die Seite hier hoch und teile durch das R Last. Dann steht da 1 durch R I Quadrat plus Omega Quadrat C Quadrat und auf der anderen Seite, also das habe ich jetzt hier hoch, jetzt teile ich durch das R Last, dann steht auf der anderen Seite 1 durch R I mal R Last. So und wenn ich jetzt weiter nach dem Omega Quadrat C Quadrat umstellen will oder eigentlich in das C berechnen will, dann muss ich das auf die andere Seite rüber multiplizieren, rüber subtrahieren, also steht hier minus R I Quadrat. Ja und eigentlich bin ich jetzt schon mehr oder weniger fast fertig. Also ich muss noch durch das Omega Quadrat teilen und die Wurzel ziehen. Also teile ich mal durch das Omega Quadrat, dann kommt hier drüben noch ein mal 1 durch Omega Quadrat dazu und von dem ganzen Teil muss ich jetzt die Wurzel ziehen. Also ich könnte jetzt hier noch diesen Bruch auflösen. Mache ich das noch? Ja, vielleicht ja, weil das dann vielleicht ein bisschen hübscher aussieht. Und für andere Rechnungen wäre das vielleicht noch sinnvoll, das mal irgendwie so zu tun. Also schreibe ich das nochmal ab. C Quadrat ist gleich. So und hier mache ich jetzt so einen Trick. Wenn ich zwei Brüche subtrahieren möchte, dann muss ich die vorher auf den gleichen Nenner bringen. Ich muss die gleichnamig machen. Und damit das funktioniert, müsste ich hier hinten noch mit einem R Last erweitern und hier vorne nochmal mit einem RI erweitern. Und damit das irgendwie schön symmetrisch wird, erweitere ich hier hinten einfach mit einem R Last Quadrat. Also mein gemeinsamer Nenner, den ich jetzt haben möchte, der ist RI Quadrat mal R Last Quadrat. Warum Quadrat? Weil ich dann von beiden die Wurzel ziehen kann. Das ist irgendwie hübscher. So und wenn ich hier vorne, also hier vorne fährt mir noch ein RI und ein R Last. Und also ein RI und R Last. Und hier hinten fehlt mir noch ein R Last Quadrat. Und dann schreibe ich das mal vielleicht nochmal weg. Mache ich das nochmal weg. Also vorne habe ich RI und R L. Und hinten habe ich ein R Last Quadrat. Da klammere ich mal ein R Last aus. Und dann hätte ich sozusagen hier vorne ein RI minus R Last. So sieht das Ganze aus. Und das passt auch, weil mit RI sind ja 100 Ohm. Das R Last sind 10 Ohm. Das sollte so funktionieren. So und hier unten steht immer noch ein Omega Quadrat. So und davon kann ich jetzt eben auch wunderbar die Wurzel ziehen. Also eigentlich müsste ich plus minus die Wurzel. Aber der Kondensator sollte ja nicht negativ sein. Also habe ich ziehe hier oben die Wurzel von diesem Term und hier unten streiche ich einfach die Quadrate weg. Und dann habe ich schon eine Formel zu stehen, wie ich das C bestimmen kann. Und da sieht man, wie bei der vorherigen Rechnung, ich kann ja mal suchen, da ist auch wieder so ein Term R L mal RI minus R L. und davon die Wurzel und dann eben irgendwas mit Omega und mit irgendwelchen anderen Termen. Und das Gleiche habe ich jetzt hier auch. Also hier steht jetzt R Last mal RI minus R Last. Aber die Differenz ist auf jeden Fall die gleiche. Vorher stand hier auch R Last. Steht hier auch was mit R Last. Also am Ende muss ich ja wieder auf so ähnliche Formeln kommen wie vorher. Ja, und da sehe ich, da kommen auf jeden Fall schon mal ähnliche Terme bei raus. So, dann habe ich das C und jetzt kann ich eben genauso einen Koeffizientenvergleich machen, wie in dem anderen Video, auch für den Imaginärteil. Für das, was hier hellblau umkreist ist. Und für den Koeffizientenvergleich des Imaginärteils ergibt sich Omega, also Omega L hier drüben. Das Omega kann ich auch noch wegstreichen. Und dann steht im Prinzip schon direkt eine Lösung da für das L. Also wenn ich das Omega auf beiden Seiten auch noch rauslasse aus dem Koeffizientenvergleich, steht da L ist C, das C, was ich schon kenne, durch den Rest, der steht. Also C durch 1 durch R I Quadrat plus Omega Quadrat C Quadrat. Und das C kann ich ja hier schon vorher mit der Formel ausrechnen. So, wenn man jetzt wollte, könnte man jetzt noch zeigen, dass diese Formel für das C und diese Formel hier oben für das L, dass die tatsächlich dann, also die sehen jetzt anders aus zu dem, was ich jetzt hier hingeschrieben habe, dass die am Ende genau das gleiche ausdrücken. Ich zeige das jetzt mal nur durch Zahlenrechnung in Octave. Dazu muss ich mal mein Octave-Fensterchen suchen. Das ist hier. Da ist noch genau die Zahlenrechnung von der vorherigen Aufgabe drin. Und also ich rechne jetzt noch mal sozusagen ein C neu aus oder ein C vielleicht so, was ich jetzt über die Impedanzen berechnet habe. Das sollte genau das gleiche C ergeben wie vorher. Das C von vorher sieht man noch hier oben. Das waren diese 95,5 Mikrofarad. So, und was ich jetzt eben rechnen muss, ist die Wurzel aus R-Last mal R-I minus R-Last, Klammer zu, Wurzel zu, geteilt durch. R-I, schreibe ich vielleicht mal eine Klammer um den Nenner, mal R-Last mal Omega. Und da müsste ich mal das Fenster hier ein ganz bisschen größer machen, dass man das auch sieht, was hier passiert. So, also ich habe jetzt diese Formel für das C abgetippt und klicke mal auf Enter. Und da sieht man, da kommt auf jeden Fall schon mal genau der gleiche Zahlenwert raus, wie der, der dort oben rauskommt. Und den schreibe ich mal schon mal ab. Also das sind auch wieder 95,5 Mikro. So, und wenn man sich jetzt hier noch Gedanken über die Einheiten macht, also hier oben steht ja Widerstand oder erst mal hier Widerstand minus Widerstand ist Widerstand hat die Einheit Ohm. Ohm mal Ohm ergibt Ohm Quadrat. Dann haben wir über den Bruchstrich die Wurzel von Ohm Quadrat. Das ergibt Ohm. Schreibe ich mal hin. Und Ohm sind Volt pro Ampere. Und unter dem Bruchstrich haben wir Ohm mal Ohm ergibt Ohm Quadrat. Statt der Ohm Quadrat kann ich auch wieder Volt Quadrat durch Ampere Quadrat schreiben. Und die Einheit von dem Omega ist 1 durch Sekunde. Und jetzt kürzen sich die Quadrate gegen die Einheiten. Es bleiben Ampere Sekunde pro Volt über. und Ampere Sekunde pro Volt sind eben Farad. Also da kommen 95,5 Mikrofarad raus. Das sind genau die gleichen 95,5 Mikrofarad, die ich hier vorher schon mal in dem anderen Lösungsweg ausgerechnet habe über die Admittanzen. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt einfacher oder komplizierter ist. Also, ja, vielleicht ist das hier mit diesem Bruch ein ganz bisschen komplizierter. So, und jetzt kann ich noch die gleiche Zahlenrechnung noch mal für das L machen. Also das L auch ausgerechnet über die Impedanzen. Nehme ich jetzt auch dieses C, was ich hier aus den Impedanzen ausgerechnet habe und teile das durch 1 durch Ri Quadrat plus Omega Quadrat mal C. Meinetwegen ist ja egal, welches C. Ich nehme mich jetzt in das C auch, was ich über die Impedanz berechnet habe. Und dann kommt da das raus. Das ist auch, wie man hier oben noch sieht, genau der gleiche Zahlenwert, den ich vorher mal für das L berechnet hatte. Also 95,5 Millihenri. Kurze Probe, also ich schreibe mal erst mal 95,5 Millihenri hin. Hier oben von dem C, wenn wir eine Einheitenprobe machen, kriegen wir die Einheit Farad. Und hier unten kriegen wir die Einheit, also 1 durch Widerstand, 1 durch Ohm Quadrat macht Siemens Quadrat und das hier macht auch genau Siemens Quadrat, weil das ja eben die Admittanzen sind, die hier addiert werden. Also hier unten steht Siemens Quadrat. So, Siemens Quadrat sind Ampere pro Volt Quadrat. Farad hatten wir gerade hier oben, sind Ampere Sekunde pro Volt. Dann kürze ich auch wieder die Quadrate gegen die Einheiten. Es bleiben Volt Sekunde pro Ampere über und Volt Sekunde pro Ampere sind eben Henry. Also da können 95,5 Millihenri raus und das ist auch genau der gleiche Zahlenwert im Vergleich, den ich hier vorher, hier oben steht das. Also da haben wir vorher, haben wir zuerst die Induktivität ausgerechnet mit der Induktivität, dann die Kapazität aus der anderen Formel, wenn man eben nicht über die Admittanzen, sondern über die Impedanzen geht, kann man jetzt zuerst die Kapazität ausrechnen. Dann die Induktivität kommt am Ende auf genau die gleichen Zahlenwerte und damit ist der Rest der Rechnung hier auch gleich. Den wiederhole ich jetzt nicht. Und tja, also Fazit, Ende vom Lied dieses kurzen Videos. Ist vollkommen egal, ob man hier den Ansatz wählt über die Admittanzen oder über die Impedanzen. Rechnung sieht ein ganz bisschen anders aus, aber man kommt am Ende auf genau das gleiche Ergebnis. Bis zum nächsten Mal.